so wunderschönen guten morgen leute und herzlich willkommen auf claudius selbst heute geht es wieder mal laufen danach muss ich noch einkaufen aber ich laufe erst zwei kilometer jetzt wiege ich mich jetzt wiege ich mich erst und dann melde ich mich gleich noch mal und zeige euch den wiegestand ok jetzt trinke ich kurz so kaffee und gleich wieder weil das ich sie auch wirklich an habe so leute hier bin ich wieder ja jetzt lauf ich mal los und wie gesagt wie immer melde ich mich nach dem kilometern bis dann bis gleich hey leute also ich habe ja gesagt ich melde mich wenn ein kilometer vorbei ist es ist ein kilometer vorbei genau dann melde ich mich bei zwei kilometer nochmal bis gleich ok leute ich habe meine zwei kilometer hinter mir und ja jetzt gehe ich nochmal schnell einkaufen und dann melde ich mich nachher nochmal wenn ich zuhause bin so leute hi willkommen zurück wie ihr seht bin ich wieder zu hause ja das war's für heute hier mit heute war schönes laufen hiermit beende ich den blog bis morgen auf claudius selbst kommen wieder mehrere blogs ich versuche es jetzt wirklich jeden tag die letzten drei tage war ja leider nicht machbar bis morgen auf claudius selbst viel spaß heute noch und ciao ich versuche es jetzt auch